Willkommen beim Videoblog von Suchtprävention.be Tabakfirmen setzen voll auf ihre neuen Tabakerhitzungsgeräte wie Icos, Glow oder Plume, um den Kundinnen und Kunden eine gesündere Variante des Rauchens anbieten zu können. Eine Untersuchung des Icos-Gerätes zeigt nun, dass ein Teil des Filterelements des Tabaksticks Heats schmilzt. Konkret handelt es sich bei diesem teilweise geschmolzenen Filterelement um Polylaktid, auch PLA genannt. PLA gilt in der Verpackungsbranche als absolut unproblematisch. Anders sieht es aus, wenn PLA inhaliert wird. Denn es können sich ultrafeine Partikel freisetzen, die eben auch in die Lunge gelangen können. Welche gesundheitlichen Schäden sich jetzt Icos-Besitzerinnen und Besitzer zusätzlich aussetzen, wurde bei dieser Untersuchung nicht untersucht. Auf jeden Fall hinterlässt es ein mulmiges Gefühl. Gerne könnt ihr natürlich euch selber ein Bild machen und könnt euch die gebrauchte Tabakstick Heats nehmen und auseinandernehmen. Und ihr findet dann ein solch kurzes Teil, das ist eben das Polylaktid-Element, das Filterelement. Das findet ihr etwa in dieser Höhe. Und schaut es euch an, ob es eben teilweise geschmolzen ist oder nicht. Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns das Gebrauchte, also nur die gebrauchten Heats, zusenden könntet auf die unten stehende Adresse. Nun, eine nicht so erfreuliche Nachricht. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und gerne könnt ihr uns einen Beitrag zukommen lassen oder Fragen stellen. Wir sind natürlich offen. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder höre oder sehe. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder höre.